Was ist eine Militär-Urin-Analyse? Eine Militär-Urin-Analyse ist ein Urin-Test, der an Angehörigen der Streitkräfte durchgeführt wird. Dieser Test dient in erster Linie der Erkennung des illegalen Drogenkonsums, kann jedoch manchmal zur medizinischen Diagnose herangezogen werden. Service-Mitglieder werden normalerweise in einem kontrollierten Bereich festgehalten, bis sie in der Lage sind, eine angemessene Urin-Probe bereitzustellen. Die Probe wird dann in eine Kapsel gelegt, die mit der Identifikationsnummer des Soldaten gekennzeichnet ist, und dann versiegelt, bevor sie zum Labor transportiert wird. In vielen Ländern werden Angehörige der Streitkräfte willkürlich einer militärischen Urin-Untersuchung unterzogen. Diese werden oft ohne Vorwarnung an den Soldaten weitergegeben. Ein Drogenmissbrauchsbeauftragter kann eine computergenerierte Liste des zu testenden Personals erhalten. Diese Personen werden dann vom befehlshabenden Offizier über ihre Auswahl informiert. Sobald einem Service-Mitglied geraten wurde, sich einer militärischen Urin-Untersuchung zu unterziehen, wird es wahrscheinlich zusammen mit anderen Soldaten, die ausgewählt wurden, zu einem Wartebereich begleitet. An diesem Ort wird den Service-Mitgliedern Wasser zum Trinken zur Verfügung gestellt. Sobald ein Soldat das Gefühl hat, eine Urin-Probe abgeben zu können, benachrichtigt er den Testbeauftragten, dass er bereit ist, den Test durchzuführen. Bevor der nächste Schritt des militärischen Urin-Untersuchungsprozesses abgeschlossen wird, stellt das Dienstmitglied den Testbeamten seinen Militärausweis zur Verfügung. Er erhält dann eine Durchstechflasche, in die er urinieren kann. In einigen Ländern muss ein Soldat während dieses Teils der Untersuchung begleitet werden, um sicherzustellen, dass er seine eigene Probe zur Verfügung stellt, und fordert keine andere Person auf, ihm eine zu liefern. Sobald die Probe abgegeben wurde, überprüft das Service-Mitglied seinen Namen, seine Service-Nummer und seinen Rang. Die Informationen werden dann auf ein Etikett gedruckt und auf die Flasche gelegt, die dann mit Klebeband verschlossen wird. Dies geschieht in Anwesenheit des Service-Mitglieds, um sicherzustellen, dass die Probe nach dem Einreichen nicht manipuliert wird. Nachdem alle Proben entnommen wurden, werden sie zum Testen in ein Labor transportiert. Techniker im Labor können Urinproben auf Anzeichen von Marihuana, Kokain, Methamphetamin oder anderen illegalen Substanzen untersuchen. Wenn eine Probe Spuren dieser Medikamente aufweist, wird sie normalerweise erneut getestet, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind. Zusätzlich zur Überprüfung des Urins auf illegale Drogen können Proben auch auf häufig missbräuchliche Verschreibungen untersucht werden. Soldaten, bei denen festgestellt wird, dass sie diese Medikamente in ihrem System haben, werden möglicherweise gebeten, ein gültiges Rezept vorzulegen oder vor ein Kriegsgericht zu gehen.